Jo, servus Leute, jetzt zeige ich euch fahren das Schiff in Hanau-Kosauheim, Teil 2 von Nautelia, dieses Schiff. Jetzt ist es der zweite, wo ihr jetzt angefahren kommt, aber fährt jetzt ein bisschen schneller, wie ihr es sehen könnt. Und er ist ein bisschen schneller, wie ihr das sehen könnt. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal ein Video gefallen. Wenn euch das gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.